Hallo, ich bin Julia von der Firma Invento und ich stelle euch heute unsere umweltfreundlichen Origami-Sets vor. Origami ist die japanische Kunst, aus Papier wunderschöne Objekte zu formen. Ich werde euch jetzt einmal zeigen, welche Informationen ihr bereits auf der Verpackung findet. Nämlich sind hier zu sehen die Anzahl der Teile, die in den unterschiedlichen Figuren vorhanden sind. Direkt darunter die Maße der Figur. Hier unten rechts der QR-Code, durch den man direkt zur Anleitung gelangt, die auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen wurden. Und darüber eine Skala, durch die man den Schwierigkeitsgrad erkennen kann. Wir werden jetzt einmal gemeinsam uns das Innere der Verpackung angucken. Alles ohne Plastik und direkt sieht man die Anleitung. Die Anleitung ist sehr möglich und jeder Schritt wird einzeln erklärt. Hier direkt zu sehen sind, wie die einzelnen Module gefaltet werden. Zusätzliche Inhalten sind Aufkleber, um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, und ein Stäbchen. Ich habe jetzt einmal für euch ein Modul herausgeholt, das wir zusammen falten werden. Hier das Modul. Wir werden das Ganze einmal hier knicken, dort knicken, drehen das um, falten die beiden Ecken nach vorne, drehen es nochmal um und knicken die beiden Ecken nach hinten. Das ist das fertige Teil. Ich habe hier für euch einmal zwei fertige Stücke. Diese steckt man ganz ohne Klebstoff einfach ineinander. Das macht das Ganze so unfassbar unweltfreundlich. Nach diesem Schema steckt man die weiteren Teile immer wieder aneinander. Am Ende kommt dann die Figur heraus. Unsere Origami-Sets gibt es in drei verschiedenen Größen, immer so 150 bis 750 Teile und wird in der Europäischen Union hergestellt. Wie auch auf der Verpackung zu sehen, ist das Ganze ab einem Alter von acht Jahren empfohlen. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.